Die dänische Fußballnationalmannschaft ist die Auswahl der besten Fußballspieler des dänischen Fußballverbandes. Die Mannschaft nahm viermal an Weltmeisterschaften und an den Europameisterschaften von 1984 bis 2004 und 2012 teil und wurde 1992 Europameister. Geschichte Der höchste Sieg Dänemarks mit 17 zu 1 gegen Frankreich, Errungen im 2. Spiel der dänischen Länderspielgeschichte, ist der höchste Sieg einer europäischen Mannschaft. Er war bis zum 7. September 1963 zudem der höchste Sieg in einem Länderspiel und wurde dann von Tahiti im Spiel gegen die Salomonen übertroffen. Die dänische Mannschaft gehörte vor dem Ersten Weltkrieg zu den besten kontinentaleuropäischen Mannschaften, verschwand dann aber in der Bedeutungslosigkeit. Zwar erreichte das Team bei der zweiten Europameisterschaft den vierten Platz, allerdings hatte man hier Losglück. Da man in den ersten Spielen nur auf Malta, Albanien und Luxemburg traf, wobei gegen Luxemburg noch ein Entscheidungsspiel notwendig war. 1979 wurde Sepp Piontek Nationaltrainer der Dänen. Der dänische Verband hatte zwar immer wieder herausragende Spieler hervorgebracht, die aber allesamt im Ausland spielten und nicht für die Nationalmannschaft berücksichtigt worden waren. So war die dänische Nationalmannschaft bis zu Piontek's Einstellung eher eine Amateurmannschaft. Piontek dagegen reiste zweimal im Jahr durch Europa, um sich dänische Spieler anzuschauen und sie in die Nationalmannschaft zu holen. Dies war der Beginn der erfolgreichsten Zeit des dänischen Fußballs. Zunächst qualifizierte sich das Team um Morten Olsen, Preben Elkja Larsen und Michael Laudrup durch ansehnlichen Angriffsfußball für die Europameisterschaft 1984 in Frankreich, bei der man den Sprung ins Halbfinale schaffte und erst im Elfmeterschießen gegen Spanien ausschied. Ebenfalls qualifizierte sich Dänemark für die Weltmeisterschaft 1986 in Mexiko. Dabei demonstrierten die Dänen höchste Spielkultur und zeigten Offensivfußball moderner Prägung beim 4-2-Sieg in der Qualifikation gegen den Gruppenfavoriten Sowjetunion. In der Gruppenphase wurden die Skandinavier Gruppensieger und galten auch als Geheimfavorit auf den Titel, mussten dann aber eine Niederlage im Achtelfinale gegen Spanien einstecken. Auch durch ihr lockeres Auftreten nach Außen genoss die Nationalelf ansehen und sympathieren. Bei der EM 1988 in der BR Deutschland schieden die Dänen bereits in der Gruppenphase aus. Für die WM 1990 qualifizierte man sich nicht. Piontek wurde danach entlassen. Ihm war es dennoch gelungen, aus Individualisten eine Mannschaft zu formen. Der große Wurf gelang bei der EM 1992 in Schweden, als man für die disqualifizierte jugoslawische Mannschaft als Ersatzteam nachrückte und ohne Vorbereitung Europameister wurde, nachdem man zuvor die Favoriten Frankreich, Niederlande und im Finale Deutschland bezwungen hatte. Danach qualifizierte sich die dänische Nationalmannschaft zwar mehrmals für Welt- und Europameisterschaften. Ein weiterer größerer Erfolg blieb allerdings aus. Für Furore sorgte man bei der WM 1998 in Frankreich. Als die Mannschaft um Michael Laudrup im Achtelfinale die favorisierten Nigerianer mit 4 zu 1 bezwang und im Viertelfinale in einem begeisternden Spiel knapp mit 2 zu 3 gegen den späteren Vize-Weltmeister Brasilien ausschied. Bei der WM 2010 in Südafrika schied man bereits in der Vorrunde aus die Qualifikation für die WM 2014 wurde verpasst. Die dänische Mannschaft ist eine der wenigen Auswahlen, die sich häufiger für eine WM als eine WM qualifizierte. Ansonsten gelang dies nur Griechenland, Lettland und der Türkei. Dänemark bei den Olympischen Spielen In den ersten Jahren war die dänische Mannschaft sehr erfolgreich bei den Olympischen Spielen. Bei den inoffiziellen Spielen 1906 gewann Dänemark, vertreten durch eine Kopenhagener Stadtauswahl, die Goldmedaille, 1908, 1912 und 1960 Silber und 1948 die Bronze-Medaille. 1972 erreichte man noch einmal die Zwischenrunde. Die dänische A-Nationalmannschaft war eine der wenigen westeuropäischen A-Nationalmannschaften, die noch bis in die 1980er Jahre an den Olympischen Spielen bzw. den Qualifikationsspielen dazu teilnahm. So hat Rekord-Nationalspieler Peter Schmeichel 1987 und 1988 acht Qualifikationsspiele für die Olympischen Spiele bestritten, die von der FIFA nicht mehr als A-Länderspiele anerkannt werden, von der DBU aber mitgezählt werden. In den FIFA-Statistiken wird er daher mit 121 Länderspielen geführt, Teilnahme Dänemarks an Fußball-Europameisterschaften. Dänemark nahm achtmal an der Endrunde zur Europameisterschaft teil, davon einmal bei vier Teilnehmern, dreimal an einer Endrunde mit acht Teilnehmern und viermal mit 16 Teilnehmern. Teilnahme Dänemarks an Fußball-Weltmeisterschaften Titel Europameister 1992 Sieg im Konföderationenpokal 1995 Erweiterter Kader Kader für die Spiele im März 2016 ehemalige Trainer Rekordspieler Siehe auch Liste der Länderspiele der dänischen Fußball-Nationalmannschaft Roligen 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 Roligen